Er hat es bis hierher geschafft. Der Täter folgt ihm und verpasst ihm den zweiten Schlag. Der hätte sogar extra was vorbereitet. Ja, haben sie oder haben sie nicht? Der Täter unter der Erde hausen. Foto bleibt uns abgegeben, also jetzt vor einer halben Stunde. Hat jemand gesehen, wer das abgegeben hat? Blöd Mann. Vielleicht haben Sie auch einfach eine andere Wahrnehmung, oder? Sie hauen ab. Blenden aus, dass er Glück versucht. Und was haben Sie gemacht? Ich habe ihm gesagt, dass er mich in Ruhe... ...kirren. Falker? Entschuldigung. Ich? Wo bleiben denn Ihre Leute? Ohne es. So. Wir brauchen eine Metrolinik.